Moin Moin, hier ist Non-Bytes von den Non-Bytes Studios. Schön, dass du zum neuen Video einstellst. Heute geht es um Adobe, sowie um Photoshop und Adobe Firefly. Ich zeige dir heute, wie du schnell und einfach einen Nebelpinsel in Photoshop komplett selber erstellen kannst. Das Ganze funktioniert mit der generativen Füllung von Adobe Photoshop. Also, ich zeige dir, wie man aus diesem Foto so ein Foto machen kann, wo wir Nebel selber erzeugt haben. Was brauchen wir dafür? Erstmal brauchen wir dafür eine neue leere bzw. weiße Fläche, worauf wir arbeiten können. Als nächstes brauchen wir das rechteckige Auswahlwerkzeug, das wir hier oben finden. Wenn wir jetzt die Auswahl aufziehen, wichtig, haltet die Umschalttaste gerückt, also drückt erst die Umschalttaste und dann zieht er die Auswahl auf. Wenn ihr das Ganze nämlich so handhabt, habt ihr folgenden Vorteil. Die Auswahl ist auf allen Seiten gleich und die Proportionen der Auswahl sind optimal. Jetzt brauchen wir die Firefly AI. Das ist die Technik hinter der ganzen AI in Photoshop und allen anderen Adobe Produkten. Jetzt können wir hier einen Prompt, also eine Beschreibung eingeben, das, was uns Adobe Firefly hier generieren soll. Wir werden jetzt hier einen vorgefertigten Prompt verwenden, eine Beschreibung und zwar den Prompt Himmel mit Wolken oder Wolke. Ihr könnt beides probieren. Wir probieren das Ganze einmal, lassen ihn hier kurz das Ganze generieren. Das dauert ein wenig. Je nachdem, was für eine Internetleitung ihr habt, kann es schnell oder langsam gehen. Photoshop ist hier ein bisschen schneller als das Lumina Neo Konkurrenzprodukt. Und wir haben jetzt hier auch Varianten, die nicht so gut sind. Also versuchen wir es einfach noch einmal, so lange, bis wir ein entsprechendes Ergebnis bekommen. Dauert natürlich immer seine Zeit, aber es läuft ja nichts weg. Wir ändern den Prompt mal kurz und schreiben anstatt Himmel mit Wolke, Himmel mit Wolken. Dann sollte es besser funktionieren. Ich lasse das Ganze so auch drin, damit ihr seht, dass es nicht immer funktioniert. Wir haben jetzt hier ein Bild, was wir nehmen können. Und ich würde jetzt dieses hier nehmen. Wichtig, wenn ihr mit Firefly in Photoshop arbeitet, die Ergebnisse, die ihr nicht braucht, also die nichts geworden sind, können wir löschen. Wir klicken einfach hier auf den kleinen Mülleimer und können damit die Varianten, die uns nicht gefallen, löschen. Warum sollte man das Ganze tun? Nun, das ist relativ einfach und simpel. Das spart Speicherplatz. Jede Variante, die hier angezeigt wird, frisst Speicherplatz auf eurem System. Wir werden jetzt dieses Bild noch ein wenig bearbeiten. Und zwar werden wir das Ganze jetzt in eine schwarz-weiß Datei umwandeln. Ich zeige euch nochmal eine andere Variante, die ich vorhin auch erstellt habe. Gucken wir mal. Ich würde diese Variante nehmen. Das heißt, wir löschen die andere. Weiterer wichtiger Punkt. Wir haben jetzt die generierte Ebene und wir haben eine Maske bekommen. Wenn wir jetzt weiter damit arbeiten möchten, müssen wir aus dieser Ebene mit Maske eine Ebene machen. Also wir müssen die Maske praktisch wegbekommen. Wie kriegen wir das am einfachsten hin? Simpel. Wir erzeugen eine leere neue Ebene. Wenn wir keine leere Ebene haben, ich zeige das mal kurz, wenn wir das Ganze so vorfinden, dass wir nur die Ebene mit einer Maske haben, klicken wir hier unten auf das kleine Plus-Symbol und es wird eine neue leere Ebene erzeugt. Jetzt klicken wir die untere Ebene an, sodass beide Ebenen blau hinterlegt sind, drücken jetzt STRG und E, um die Ebenen zusammenzufassen. Das brauchen wir nämlich jetzt für die Auswahl. Das nächste, was wir jetzt machen werden, wir klicken hier unten auf das Schwarz-Weiß-Symbol, klicken auf Schwarz-Weiß und wandeln die Farbebene, das Farbfoto jetzt in einen Schwarz-Weiß um. Das brauchen wir nämlich, damit es mit dem Pinsel später funktioniert. Den roten, gelben, grünen sowie den Magenta-Bereich können wir komplett in Ruhe lassen. Denn diese Bereiche, diese Farbbereiche verändern nichts an dem Ergebnis. Wir benötigen die Zyron- und die Blautöne und die Türkisentöne oder Zyron-Töne ziehen wir jetzt relativ weit runter. Falls hier die Wolken verschwinden, zieht ihr den entsprechenden Farbbereich einfach wieder nach oben, solange bis hier die Wolken wieder auftauchen. Das ist ein kleiner Tipp meinerseits. Auch den zweiten Farbbereich, blau, ziehen wir runter. Das ist schon ganz gut geworden. Als nächstes werden wir auch das wieder zu einer Ebene zusammenfassen. Als nächstes klicken wir mit gedrückter Steuerungstaste in die Miniatur der Ebene ins Miniaturbild rein, kriegen eine Auswahl. Jetzt gehen wir auf den Pinsel und suchen uns entsprechend einen Standardpinsel und malen hier rundherum alles einmal schwarz an. Das brauchen wir nämlich später auch nochmal. Das heißt, wir malen hier alles schwarz. Jetzt machen wir den Pinsel ein bisschen kleiner. Die Bereiche, die wir jetzt nicht haben möchten, bzw. die Wolken, die wir nicht benötigen, können wir jetzt einfach wegzeichnen. Das heißt, wir gehen hier einfach mit schwarz über die Bereiche, die wir nicht benötigen oder die wir nicht haben wollen. Das heißt, wir machen das Ganze einmal so fertig. Die unteren hier brauchen wir nicht. Also nehmen wir die hier entsprechend einmal mit weg. So, schön nochmal über die schwarzen Bereiche auch drüber gehen, um wirklich sicher zu sein, dass die Bereiche auch wirklich weg sind. Das passt ganz gut. Hier haben wir noch einen kleinen Bereich, der noch nicht passt. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit Steuerung D die Auswahl aufheben. Mit Steuerung I die Ebene und die Farben invertieren. Das heißt, wir haben jetzt das schwarz und weiß umgedreht. Als nächstes brauchen wir einen Radiergummi mit einer weichen Kante. Die weiche Kante kann man hier bei der Härte entsprechend einstellen. Einfach auf Null setzen und ihr habt eine weiche Kante. Denn, wie wir sehen, haben wir jetzt hier eine unschöne Kontur bekommen. Diese Kontur benötigen wir nicht, also radieren wir diese einfach weg. So, zack. Auch gerne nochmal ein bisschen öfter drüber gehen, um die Kante, um Reste davon wirklich zu entfernen. Als nächstes werden wir die Ebene in die Mitte setzen. Als nächstes werden wir jetzt folgendes machen. Und zwar gehen wir auf Bearbeiten. Neue Pinselvorlage festlegen. Und jetzt werden wir diesem Pinsel einen Namen geben. Beispielsweise Nebel, wenn man es richtig schreibt, Nebel 2. So, wenn wir uns unseren Pinsel jetzt angucken, sehen wir auch schon die Auswahl, die wir getroffen haben. Und wenn wir klicken, dann sehen wir, dass wir unsere Wolken jetzt als Pinsel haben. Das ist sehr gut. Und dann können wir jetzt das Pinseldokument schließen und hier zu dem Foto gehen. Ich mache jetzt hier das Schloss einmal heraus. Das nächste, was wir benötigen, ist Farbe. Das heißt, wir stellen das Ganze hier unten von Schwarz auf Weiß einmal um. Dann gehen wir hier oben in die Pinsel-Eigenschaften rein. Und stellen hier entsprechend nochmal Sachen ein. Erster Punkt, die Form-Eigenschaften. Hier stellen wir die Größe entsprechend einmal nach oben. Den Mindestdurchmesser können wir, wenn wir möchten, auch nochmal etwas bearbeiten. Auch den Winkel werden wir jetzt nochmal etwas anpassen. Danach gehen wir in den Streuungsbereich. Stellen die Streuung entsprechend hoch ein. Umso höher die Streuung, umso weiter sind die Pinsel-Elemente voneinander entfernt. Ich stelle das jetzt mal einigermaßen gering ein. Auch die Anzahl können wir etwas nach oben setzen. Da müssen wir mal gucken, wie hoch wir das Ganze denn haben möchten. Und hier die zweite Anzahl können wir auch nochmal nach oben setzen. Danach können wir zum Transformationsbereich gehen. Wir können hier die Deckkraft etwas hochschrauben. Den Fluss können wir etwas hochschrauben. Und damit sind wir im Prinzip schon fertig. Wenn wir möchten, können wir jetzt noch ein Rauschen mit einbauen. Danach können wir das Ganze zumachen. Können mit der Steuerungs-, Umschalt- und End-Taste eine neue Ebene erzeugen. Oder mit dem Viereck unter den Ebenen. Und jetzt können wir mit unserem Pinsel über unser Bild drüber gehen. Und können hier entsprechend den Nebel einmal ins Bild malen. So wie wir ihn haben möchten. Wenn der Pinsel zu groß ist, machen wir ihn einfach ein bisschen kleiner. So, dann haben wir etwas dichteren Nebel, der etwas kleiner ist. Je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet, könnt ihr jetzt den Nebel entsprechend so verteilen, wie ihr ihn haben möchtet. So, beispielsweise sieht das doch schon ganz nett aus. Wir können jetzt den Nebel nochmal mit einer neuen Ebene übeln, ersten Nebel oben drüber setzen. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal weiteren Nebel mit einbinden. Auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner gehen. Können wir hier mit der Unschärfe nochmal etwas arbeiten. Hier entsprechend die Deckkraft der Ebene nochmal etwas nach unten setzen. Und noch ein bisschen mehr Tiefe ins Bild bekommen. Wenn wir jetzt das Ganze noch weiter bearbeiten wollen, können wir es mit Steuerung E zu einer Ebene zusammensetzen. Wenn wir jetzt beispielsweise die Nick Collection von DxO haben, können wir auf Filter, Nick Collection, Analog Effects einmal draufklicken. Und wir können jetzt mit den Nick Filtern das Bild noch weiter bearbeiten. Mit dem Detail Extruder können wir jetzt noch wesentlich mehr Details aus dem Bild rausholen. Den Kontrast erhöhen, wenn wir möchten. Und einiges mehr machen. Ich werde jetzt hier noch eine kleine Vignette drumherum setzen. Ja, ihr seht es. Sehr simpel. Und schon kann man das Bild noch weiter bearbeiten. Und beispielsweise für Halloween oder Gruselabende mit Freunden noch fertig machen. Das aber nur mal kurz zur Nick Collection. Falls euch die Nick Collection interessieren sollte und ihr alles über die Software wissen wollt, wie jeder Knopf, jeder Effekt funktioniert, schaut gerne in die entsprechende Playlist hier auf dem YouTube-Kanal. Es gibt auch immer wieder Update-Videos zu neuen Funktionen, Tipps und Tricks und ganz, ganz viel mehr im Bereich der Bildbearbeitung. So. Wir machen das Ganze jetzt aber einmal zu, ohne zu speichern. So könnt ihr schnell und einfach einen Nebelpinsel in Photoshop erstellen mit Hilfe der neuen AI Firefly von Adobe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, geholfen. Falls dem so sein sollte, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben und gerne auch einen Daumen nach oben geben. Wir danken fürs Zusehen, fürs Zuhören und sehen uns definitiv beim nächsten Mal.